Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Tekken 7, Fighter Season 7 und letztes Mal hatten wir Akuma, dieses Mal ist Shahin dran. Auf geht's. Ah shit, oh nein. Ich bin wieder so reingegangen. Ey das ist auch so doof, dass du nur mit Viereck die Outfits auswählen kannst. Jetzt haben wir das normale Outfit gewählt. Das war ja damals bei Tekken 3 ähnlich. Wenn du mit X ausgewählt hast, hattest du ein anderes Outfit wie mit Viereck. Oh Lucky Chloe ist natürlich auch bitter. Die ist auch krass unterwegs. Also mit der kam ich zumindest sehr gut klar. Schönes Ding. Ja, siehst du, er macht's richtig. Er nimmt direkt Abstand. Okay, er ist schnell. Er macht wieder Bock. So, mit ihm komme ich definitiv besser klar als mit Akuma oder Katsuya. Na, verdammt. Noch ein bisschen. Schönes Ding. Schönes Ding. Einfach mal aus dem Bild gefegt. Aber er steuert sich so flockig, weiß, so ganz locker, ganz nice irgendwie. Oh, Xauju als nächstes. Die ist natürlich auch schnell unterwegs. Aber das ist doch wirklich so, oder? Dass man hier die ersten drei Gegner, wenn du einen schnellen hast, oder eine schnelle, dann kommt als Gegner auch ein schneller oder eine schnelle. Also jedenfalls habe ich das öfter mal so im Gefühl. Habt ihr das, ähm, gesehen? Ihr kennt doch bestimmt Dead or Alive, ne? War das nicht da auch so mit den Brüsten, dass die da extra so eine Animation reingehauen haben, damit die schön wackeln oder sowas? Hier wirkte das eben auch so ein bisschen komisch. Boah, nice. Ey, er geht wirklich steil. Oh, nein. Das habe ich eben ein bisschen verbockt. Oh, oh. Oh, oh. Autsch, Autsch. Ich kann jetzt machen. Okay. Aber das ist wieder dieses Gummibarnsystem. Oh, Alter. Das war wieder dieses Gummibarnsystem, was ich meinte. Wir haben sie richtig ordentlich runtergedroschen. Und auf einmal kommt sie dann mit so einem Über-Power-Move an, weißt? Das ist für mich eins zu eins, wie damals bei Need for Speed oder so, diese Gummibarnsysteme. Dass, wenn du dann mit dem Auto schön weit Vorsprung rausgeholt hast, dass auf einmal der Gegner so schnell gefahren ist, dass er dich auf jeden Fall, also nicht überholt hat, aber zumindest dran geblieben ist. Oh, sie war, glaube ich, auch stark. Also schnell. Der hat im Thumbnail Wer war sie überhaupt? Azuka Okay, bam Gleich mal umdocken Bam Ich find den so nice Den Move Ah, shit Kannst du mal den hier abkriegen? No Ey, das gibt's nicht Alter, yo Oh nein, da hat er wieder sein Zeug verloren So Feierabend Das ärgert mich ein bisschen, dass er immer sein Zeug verliert Aber dann wirkt er erst richtig angepisst Haihashi Gut, gegen Haihashi dürfen wir ganz Ganz angenehme Chancen haben, sag ich mal Aber Katsumi, ähm Wird dann wieder ein bisschen schwerer Logischerweise Aber Haihashi, weißt du, der ist ja so ein Kraftpaket Ich mein, der ist auch schnell, aber Hier dürfen wir Die Schnelligkeit auf unserer Seite haben So, hier Oh nein Das war ja natürlich dann nix, ne Oh Hat er wieder sein Zeug verloren Komm schon Bam, bam, bam Oh nein, ey Oh ja, ist doch mal gut hier Und ein Power Move nach dem anderen Oh oh Ja, aber klar Ja, aber das Ich mag das nicht, ey Ich mag das wirklich nicht Ich find das zum Kotzen, wenn du auf einmal siehst, dass Also es ist ja Es ist ja deutlich zu sehen Dass wir da in Führung gehen So energietechnisch Und dann kommen die auf einmal mit ihren komischen Kombos rein So und du kannst nichts mehr machen Und boah Es fühlt sich dann immer so Irgendwie fühlt sich das gecheatet an So, noch ne Runde So viel zum Thema, dass wir dann schneller sind Ja, komm ey Ja, ist doch mal gut der Ziel Das gibt's nicht Bam Komm schon Boah Zack 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 Ups Puh Das gibt's nicht, ey Wie er einfach stehen bleibt und nicht dichter kommt Geht doch Feierabend Hashi Erstmal auf die Nerven gehen hier Auf geht's, Kazumi Jetzt wir beide Aber Hashi hat dafür gesorgt, dass ich jetzt warm bin Los Auf geht's Die wird hundertprozentig wieder ihren Tiger da Mit reinfliegen lassen in die Nummer Kann man schon wetten abschließen, wie oft Zack Schönes Ding Ah, ey Das ist immer so diese Wie, wie nennt man das am besten Wenn die Hitbox nicht möglich ist Du weißt Also wenn du nicht treffen kannst Weil wir prallen ja immer von ihrer Rolle quasi ab Das hatten wir hier vorher auch schon bei Haihashi Boah, ey Jetzt kommt sie wieder hier mit Irgendwelchen Jo Boah Da haben wir Glück gehabt Hat sie wieder den Kickboxer durchhängen lassen Oder raushängen lassen, sagt man ja besser So, erstmal digitieren Und dann Erfrieren, weil ich dich jetzt kalt mache Haha So, komm jetzt Das ist immer so, weißt du bist direkt so im Fight-Modus Im Kampf drin Hast Bock gleich weiterzumachen Und dann lädt er sich hier immer zu Tode Das ist leider ein bisschen nervig Ah Zack Zack Ah Schönes Ding Unten Boah Alter, wie viel sie immer noch hat Pff 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 Da brauche ich nichts mehr zu sagen, oder? Dieses Mal hat man es doch auch wieder richtig nice gesehen Weißt du, sie nur noch ein Strich An Energie Und auf einmal geht sie ab Und der Tiger kommt noch mit rein Gejumpt Und alle kommen noch mit rein So Die ägyptische Götterkarte spielt sie auch noch Und der weiße Drache mit eiskaltem Blick Und Garados hat sie auch noch mit reingeworfen Und Son Goku war auch noch mit drin Und Ja gut, wir haben es gepackt Also Shahin kann ich auch empfehlen Der kämpft sich gut Trotzdem Weiß nicht, was da los ist Kazumi Die geht mir seit einigen Kämpfen Ganz schön auf den Keks Das war zwar immer schon so Aber ich habe auch Irgendwie bei FIFA Als wenn das so Phasen sind, weißt Mal kommst du besser klar mit denen Und mal schlechter Als wenn da irgendwie so ein Update Immer reinschießt oder so Ich weiß auch nicht Weil Schwierigkeitsgrad ist ja immer gleich Oder sie ist dann halt wirklich besser Gegen einige Kämpfer Als Wie gegen andere logischerweise Ja gut Das soll es jedenfalls erstmal wieder gewesen sein Ich hoffe ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei Und bis dann sag ich einfach mal Tschau